Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Das ist aber leider nicht so erfreulich, also so erfreuliche Nachrichten, denn ich habe ein kleines Problem, aber eine gute Nachricht und die kommt aber dann ein bisschen am Ende, ein bisschen weniger wichtig, aber ich habe ein kleines Problem und zwar bin ich gerade nicht so zufrieden mit meinem Kanal, also ich bin gerade so ein bisschen in der Phase, wo ich denke, ja komm, ist das wirklich das, was du machen willst oder nein? Es ist wirklich das, was ich machen will, also ich liebe es zu let's playen, ich liebe das Ganze drum und dran, aber ich möchte euch mal fragen, seid ihr eigentlich zufrieden mit dem, was ich mache? Ich meine, ich bin momentan weniger zufrieden, also ich bin zufrieden, ich mag das, ja ich mache es gerne, aber ich denke mir, ist das wirklich so gut gekommen, wie du gedacht hast, dass das wird und könnt ihr mir bitte mal schreiben, alle, wie ihr das momentan findet, wie ihr meinen Kanal momentan findet und Schreibt mir auch bitte in die Kommentare, wie ich das verbessern könnte oder was ich jetzt ändern könnte, damit ihr vielleicht das besser habt und vielleicht das mehr mögen tut, tut gedöhnt, ja Und ich, das wäre auf jeden Fall richtig eine coole Sache, wenn ihr mir das schreiben könntet, denn Ich weiß momentan wirklich nicht so wirklich Wie ich, was ich machen soll, denn ich bin momentan wirklich gar nicht so zufrieden mit meinem Kanal, es ist, es hört sich jetzt ein bisschen scheiß an Ist es ja ein bisschen auf einer Seite auch und Leute, schaut mal hier meine Nase, das sieht man gar nicht, sorry Sie hat es so geheult, so wie eine Schlange Ja, aber auf jeden Fall Leute, Spaß beiseite, ich bin jetzt momentan so ein bisschen in wirklich einer Phase, wo ich denke, seid ihr wirklich alle zufrieden, was ich mit dem, was ich mache? Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr auf meinem Kanal sehen wollt, für Minispiele oder für Projekte oder für andere Spiele vielleicht auch noch Also das könnt ihr, ich bin offen für alles, könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben, also das wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr tutti frutti geil Also tutti frutti, passt ja jetzt ja richtig rein Und ich kriege da, ich merke schon, ich kriege da so einen kleinen Schnauzball, also auf jeden Fall, ich muss da auf jeden Fall, ich muss da auf jeden Fall rasieren, Leute Ich muss da auf jeden Fall rasieren, da geht, und jetzt schaue ich die ganze Zeit drauf und meine, ich sei so ein richtiger Italiener, so ein richtiger, so ein richtiger Mario Und Leute, schaut mal hier, Rivella, bester Getränk, also ja, also ja, Schweizer Getränk halt Und ähm, ja, schreibt mir bitte das auf jeden Fall in die Kommentare Und jetzt noch das Zweite, ähm, das ist ein bisschen erfreulicher Und zwar habe ich heute gemerkt, dass ich gar nicht so in Scheißqualität streamen kann Und dabei habe ich mir gedacht, morgen um 20 Uhr, also um 8 Uhr abends, habe ich vor, einen kleinen Stream zu machen, nichts Großes Vielleicht werde ich so ein bisschen Minispiele spielen, da könnt ihr auch dabei sein Also, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mir das auch in die Kommentare, dann schreibt ihr meine Skype-Addy oder so Dann könnt ihr auch mit dem Stream dabei sein, werden wahrscheinlich nicht so, so viele Leute dabei sein Also müsst ihr euch vielleicht nicht vorstellen, dass jetzt 30.000 Leute dabei sein Vielleicht, ähm, keine Ahnung, was wir, keine Ahnung, ich, ich kenne diese Dimension nicht Und, ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen morgen, wenn ihr, wenn ihr Lust habt natürlich Und, und mit Zeit natürlich, und, ähm, ja, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen für dieses kleine Infovideo Was ein bisschen schon wichtig ist, wie ich finde, denn, ähm, ja, ich bin, ich war nicht so zufrieden mit meinem Kanal die letzte Zeit Und das, das ist schon ein bisschen so eine Sache, die ich nicht so feiere, also das muss ich schon sagen Also, ja, ich hoffe, äh, euch gefällt es trotzdem, wenn es auch so ein Video ist, müsst ihr jetzt nicht unbedingt bewerten Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich machen, wenn dann die, äh, nebensache natürlich auch geil wäre Aber, auch vor allem interessieren mich eben die Kommentare, schreibt mir in die Kommentare, was ich bringen soll Was für Verbesserungsvorschläge ihr habt Und, äh, eure Skype-Eddie, wenn ihr morgen vielleicht mit mir im Stream dabei sein wollt Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache Und ich würde sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal Das war euer Pauk, tschüss Das war euer Pauk, tschüss